Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10468 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Für heute habe ich mir ein neues Ziel gesetzt und ich bin mir sicher, dass ich es erreichen werde. Für heute habe ich mir ein neues Ziel gesetzt und ich bin mir sicher, dass ich es erreichen werde. Ich freue mich auf einen neuen Tag. Wir haben in unserem Unternehmen Bio-Gemüse, das wir in Kisten an den Endverbraucher liefern. Wir haben in unserem Unternehmen Bio-Gemüse, das wir in Kisten an den Endverbraucher liefern. Wir haben in unserem Unternehmen Bio-Gemüse, das wir in Kisten an den Endverbraucher liefern. Trotz aller Schwierigkeiten findet Ludwig immer wieder Grund zur Dankbarkeit für die kleinen Freuden des Alltags. Trotz aller Schwierigkeiten findet Ludwig immer wieder Grund zur Dankbarkeit für die kleinen Freuden des Alltags. Das Lernen von Vokabeln ist eine Investition, die sich lohnt. Das Lernen von Vokabeln ist eine Investition, die sich lohnt. Das Lernen von Vokabeln ist eine Investition, die sich lohnt. Kannst du mir zeigen, wie man mit dem Aberkus rechnet? Ich habe es noch nicht verstanden. Halte die Pinsel so, dass sie dein rechtes Auge vollständig bedecken. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.